Der Bär ist los 2019. Es geht auf Tour durch ganz Deutschland. Wir haben ganz, ganz viele Städte mit dazu bekommen, weil uns so viele Leute nach dem Comedy Grand Prix Erfolg gefragt haben. Wann bist du bei uns? Hier unten gibt es die Tickets. Einfach draufklicken. Wir machen uns einen schönen Abend, da wie der Kaddi sagen würde, das wird einfach lecker, lecker, lecker. Also, ich freue mich auf euch. Der Bär ist los. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.